Das ist sie, die Jury der Green Awards. Ex-Formel-1-Champion Nico Rosberg zu Gast in der italienischen Botschaft in Berlin. Denn Italien ist Partnerland des Green Tech Festivals, das mittlerweile zu einem der wohl bedeutendsten Nachhaltigkeits-Events der Welt geworden ist. Initiator Nico Rosberg verrät, was uns im Juni in Berlin erwartet. Green Tech Festival Juni 2022 bis 2024 am Tegeler Flughafen hier in Berlin. Ich bin auch sehr, sehr stolz jetzt wieder, was wir da hingestellt haben dieses Jahr. Wir haben hunderte von Firmen da komplett ausgewuft. Alles Firmen, die die letzten Produkte jetzt zeigen, also was die Zukunft hergeben wird. An grünen Technologien, an Innovationen und das Ganze aber auch dann mit Entertainment gefüllt, mit Musik. Wir haben einen Superstar, der kommt, der auf der Bühne steht. Also es wird richtig groß und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Und alles wird auch noch getoppt mit einer riesen Galanacht. Das sind unsere Green Awards, wo wir dann natürlich die Menschen ehren, die am meisten dazu beitragen für diese Transition momentan. Also ja, bin gespannt. Und das Coolste, E-Rocket ist mit dabei. Elektromobilität made in Germany zum Anfassen und Ausprobieren. Ja, es erweutet euch, dass ihr die E-Rockets testfahren könnt. Bei uns im Green Tech Festival, 22. Juni bis 24. Juni am Tegeler Flughafen hier in Berlin. Also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann am Start seid. Wir sehen uns vom 22. bis 24. Juni, Flughafen Tegel in Berlin.